Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid mit mir um 9 Uhr morgen in Berlin. Wir haben heute eine schöne, ehrenhafte, super Mission. Wir werden den besten Köfte gekürt von Ogozan testen und den besten Köfte gekürt von Big Baba. Bei Ogozan waren sogar fünf Jungs dabei, die haben eine dicke Köftetour gemacht, die zehn besten Köfte in Berlin. Und haben jeden Köfteladen, ich glaube mit vier oder fünf Leuten bewertet, kam dann dementsprechend einmal der Beste dabei raus. Das ist meine ich, der hier jetzt. Das ist der hier und danach testen wir den besten Köfte vom Big Baba. Beides halt natürlich Berliner, wer sie nicht kennt, abchecken in der Videobeschreibung. Sie rattern hier Foodspots hoch und runter. Also wenn einer Bescheid weiß, was hier die Hotspots sind, was Köfte angeht, dann die beiden. Wir machen einfach direktes Battle, starten hier. Wenn ihr euch wundert, warum die beiden nicht dabei sind, ich mache heute mal ein spontanen Video. Bin spontan in Berlin, Kurs geht raus auch an die Jungs. Nächstes Mal sage ich euch Bescheid, aber das war jetzt nicht geplant. Ja, wir starten hier direkt. Ist hier grün? Nein. Wir gehen nur bei grün über die Ampel. Ich hoffe, die haben jetzt überhaupt schon Köfte. Nicht, dass das so eine Holzkohle-Geschichte ist und dass die dann noch gar kein Köfte haben um neun Uhr morgens. Scheiße, ey. Bei mir ist es echt immer hart strukturiert. So ein Tag, wenn ich woanders bin, dann wird gefressen, gefressen, gefressen. Scheidenkleister, ich muss nochmal zurück zum Auto. Ich habe was vergessen. Egal, ich frage erst mal, ob es schon Köfte gibt. Und kann man bei euch schon Köfte bestellen heute Morgen? Ja, perfekt. Ja, perfekt, dann komme ich gleich. Ich mache ein bisschen YouTube, kann ich gleich ein bisschen was aufnehmen hier? Ich teste die besten Köfte in Berlin. Aber du weißt, ich habe schon einmal auf dem ersten Platz. Ja? Aushandlein. Habe ich gesehen, ja. Ja. Ja, deshalb wollte ich auch nochmal testen. Jawohl, sehr gerne. Kann ich machen, ja? Kannst du das machen? Ich komme direkt, ich habe nur im Auto was vergessen. Ich bin in drei, vier Minuten wieder da. Aber ich bin noch nicht so weit. Also Köfte sind noch nicht da. Brauchst du ein bisschen noch? Eine Stunde. Ehrlich, so lange? Kannst du dich improvisieren? Ja, willst du nur ein Köfte? Ich nehme nur ein Köfte-Sandwich, wollte ich haben. Das kann ich machen. Das kannst du machen? Zehn Minuten bin ich wieder da. Perfekt, bis gleich, mein Lieber. Oh, geil. Also kleiner, entspannter Laden. Guck mal, ganz entspannt, kleiner. Also ich brauche jetzt hier die Kamera gar nicht schwenken. Das ist der Laden, das war's. So, hier von außen nochmal. Lieber Ogo-Sahn-Hund an die Jungs. Danke für den Tipp. Denkst du an Ogo-Sahn, Dönerladen, eigenen Dönerladen aufgemacht. Blende ich mal eben die Adresse ein. Unbedingt abchecken. Tag. Jetzt holen wir aus dem Auto mein Ständerchen. Klitzel, kleine Ständelchen. Und dann, äh, ja, kann's losgehen. Boah, um die Uhrzeit morgens. Ich hab gestern abends um elf noch ein Chicken-Duell gemacht. Hab ich das noch gemacht, ja. Um elf Uhr. Nee, war ich fertig um zehn. Alter. Richtig reden, Holly. Sammel dich mal. Ich war um zehn fertig mit dem Chicken-Duell. Auf der Sonne. Jetzt sind wir am Start, am Start. Ah, hast du vorbereitet hier? Extra, extra Döpter gemacht. Stark, hast du, oh, schöner Fettgehalt. Ja, also das ist sein Fett, nicht extra Fett. Aber es schmeckt sehr gut. Ist kein extra Fett, ist wirklich vom Ding? Ja, ist wirklich. Stark. Benutzt du Lamm? Ist das bei dem so? Mach süß. Auch Lamm? Ist das Lamm oder ist das... Das ist aber Geheimnis. Ich sag dir nur ein bisschen. Bisschen Lamm, bisschen, äh, also 90 Prozent Kalkfleisch. Sag ruhig Geheimnis. Aber speziell. Aber was ist das Geheimnis? Magfleisch, natürlich Geheimnis. Ja? Aber nimmst du Lamm-Schwanz auch? Lamm-Schwanz? Nein. Nein? Nein. Mh, bisschen. Ogo San hat dich gepusht, er sagt, bestes Köfte in Berlin. Ich freue mich sehr. Ich glaube, er wird knallen. Ich hoffe, aber ich habe Vertrauen. Ja, ich habe auch Vertrauen in dein Geheimrezept. Du bist das ich. Ja. Wir haben auch Suppen da. Auch beste Suppen, Berlin? Ich habe O-San gesagt, O-San. Ja. Ich habe auch Suppen. Suppen Test. Beste Suppe, beste Suppe Berlin. Ich habe Vertrauen. Machst du Hassel kaputt mit deinen Suppen? Ja. Ja. Sie können testen. Gehen Hassel, kommen zu mir. Ja. Probieren die Suppen. Oh, ich weiß ja. Vielleicht mache ich. Bei mir läuft eigentlich mehr Suppen. Ja? Oh, vielleicht geh ich Hassel noch testen Suppen. Ja, kannst du auch machen. Ja? Verlocken, vielleicht hängen wir noch einen kleinen Test an, Leute. Geht's noch andere Köfte? Ich gehe noch einen anderen, ja? Ja, von Empfehlung von Big Baba. Sagst du, kennst du den Big Baba, heißt der in Berlin? Auch YouTuber. Ja, aber wer ist Big Baba? Ja, ich bin Baba. Hast du gehört? Bilal, das zur Ansage. Ich habe noch nie gehört Big Baba. Wer ist dieser Big Baba? Ja, wer ist der? Ich bin nicht angewärter, aber ich habe beste Köfte. O-San hat zehn Köfte. Ja. Sein. Du gehst einen Big Baba, wer ist Big Baba? Bilal. Ich habe noch nie gehört. Also, test your incoming, undercover, Bilal. Du wirst sehen, da gehst du Big Baba, kommst du, aber später noch zu mir. Big Baba. Sagst du, sagst du, ist langsam fertig. Ja, Big Baba. Ich mache diesen Job seit 20 Jahren. Ja, jetzt habe ich mehrere Jahre. Also, machst du das seitdem? Seit 20 Jahren. Seit du geboren bist, machst du das? Ja. Also, ich liebe meinen Job. Oh, jetzt umgedreht hier. Ich liebe meinen Job. Du liebst es, ne? Du hast Spaß dabei, man merkt es. Es gibt so ein Sprichwort, egal was du machst, immer mit Liebe. Und dann klappt das, ja? Ja, natürlich. Und nur dann, Leute, nur dann. Meine Linse ist dreckig. Ich habe das beste, beste, beste Fleisch. Ich arbeite ja mit Buhara. Kennst du Buhara? Nee. Wir machen immer mein Fleisch extra. Echt? Ich bezahle mehr Geld. Ah. Mehr. Ich will natürlich auch Geld verdienen, aber... Hauptsache, die Quali vom Produkt zählt jetzt mal. Genau, genau, genau. Ein bisschen glücklicher. Das war's. Das war schon, ne? So gefällt mir das. Basic. Richtig schön basic. Citrono. Ey, mashallah. Jawohl, Deutschland. Wir lieben Deutschland. Wir lieben Deutschland. Wir lieben Deutschland. So, lass dir schmecken, mein Freund. Danke, mein Lieber. Das wird lecker. Oh, ja. Soll ich dir auch eine halbe Pansensuppe geben? Ohne Brot. Ja, komm, gib mir Pansensuppe noch. Okay? Ja. Wir machen vielleicht nur Turbotest nachher, so für 30 Sekunden am Schluss nochmal einmal Haji rein. Ja, da fahr ich vorbei sogar. So mag ich das, Leute. Das ist basic. Das ist Kunst. Ich schwöre euch, das ist Kunst. Und zusammen damit. Einfach zusammen. So muss es. Genauso. Ich könnte auch 100 Jahre drauf filmen. Okay, da gehen wir mal rein. Hier noch seine Pansensuppe. Pulglauch an Point, Alter. Joghurt-lastig, das Ding. Das Ding ist schon eine Ansage hier. Jetzt das, worum es geht. Schöne Röstung am Brot. Brot ist gefühlt, als würde es aus dem Ofen kommen. Es ist überall geröstet. Es ist so feintrümelig. Als wäre es durchgehend nochmal im Ofen gegangen, hätte wirklich bis in die feinste Pore eine Röstung bekommen. Lamm ist am Start. Zitrone kickt rein, ganz deutlich. Verhältnis ist halt ein bisschen schwierig. Da hätte bei dem Köfte-Sandwich in dem Fall, weil da nicht so viel Salat drauf ist, ein, zwei Köfte mehr drauf gemusst. Es fällt, es hinkt ein bisschen. Geil mit den Rucola. Wirklich basic. Ein paar Akzente, nicht zu viele. Zitrone mit Rucola. Für schon der Fleisch. Schlechter Lamm-Cake. Es ist schön den Fleisch kick. Hier mit der Zeit durchs Fett auch. Das Brot wird schön dünn. Schön dünn, also nicht mehr dieses fluffiges, pappt sich zusammen, es komprimiert. Teile ich immer sehr so eine Bisse. Brot kaum noch spürbar. Eindringende Zitrone. Das war ein schönes Feeling nochmal. Die Tomate weicht so ein bisschen auf. Kommt mit diesem Inneren von der Tomate, dem Tomatensaft, diesen Kern. Gerät ans Brot. Das Brot weicht dadurch auf. Du hast so eine Mischung aus Brot und diesen Tomatenfeeling. Ich habe auch mal einen Sandwich gegessen, wo die das Innere aus der Tomate rausgeholt haben. Verstrichen haben auf dem Sandwich. Das war damals in Spanien, weiß ich noch. Jahre, Jahre her. Das hat tierisch geil geschmeckt. Das war so ein bisschen das Feeling. Schön, schön, schön. Ihr seht ja auch noch das Pulver am Brot. Bei jedem Briss immer noch knusprig von außen. Starkes Trinken. Müssen wir kurz in mich gehen. Sehr, sehr lecker. Hast du gut gemacht. Ich liebe dieses Basic. Einfach nur ein paar Zutaten. Hast du top gemacht. Ich rede viel, aber nicht um Soßen. Das ist ein gutes Motto. Danke mein Lieber. Schönen Tag. Tschüss. So, netter Mann. Netter Mann. Gesamtbewertung kommt am Schluss. Also erstmal positiv. Produkt funktioniert Basic. Produkt funktioniert ohne Soßen. Das spricht Schmach für das Produkt. Sehr lecker. Braucht keinen Zusatz. Die Qualität muss nicht versteiert werden durch irgendwelche Soßen. Und nicht wieder an alle Soßenfreaks nicht falsch verstehen. Soße kann immer ein Upgrade sein und ist immer willkommen. Darf aber kein Muss sein beim Fleisch. Ist einfach so. Und schon mal vorab zum Köfte. Einmal kurz eine Zusammenfassung. Wirklich stark. Wie gesagt, punktuell Basic. Ein paar Akzente. Wirklich stark. Was für ein bisschen gefehlt hat. Es war recht eindimensional. Gerade die Köfte vom Geschmack. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Eigencharakter. Ein bisschen mehr Pfiff. Also es war zwischendrin Lampig. Zwischendrin ein bisschen Röstung. Eindimensional kann auch geil sein. Dann hätte es aber ein bisschen vollmundiger sein müssen. Es war zwischendrin ein bisschen zu viel Leere teilweise. Es war ein bisschen zu viel Leere, was die Köfte angeht. Da hätte ich mir mehr Präsenz in dem Ding gewünscht. Mehr Präsenz und ein bisschen mehr Intensität. Aber trotzdem sehr sehr starkes Ding. Nicht falsch verstehen. Aber ich möchte das auch. Ihr versteht zum Schluss, wenn ich die Bewertung raushaue, wie das zustande kommt. Wir sind am Start in der Wrangelstraße. Mittlerweile 10 Uhr. Imera-Grell. Wir brauchen den Imera-Grell. Guck mal, das ist auch wieder so ein Laden. Undercover. Und dafür liebe ich die Berliner. Der andere auch, ne? Wenn jetzt ein YouTuber von außerhalb kommt. Der geht... Also gut, man kann natürlich einfach eine Köfte-Tour machen. So und probiert random welche aus. Aber wenn man nicht gerade irgendwie sieben, acht Läden testet, würde man nicht diesen Laden wählen. Also wenn ich jetzt ein, zwei Köfte teste, gucke ich mir den an, würde ihn nicht testen. Dann musst du schon echt hier lokal aktiv sein und die Läden kennen. Ja, und dann kommst du auch mal auf so einen Laden. Und der soll knallen. Der unscheinbare Hase. Manchmal rede ich. Denk danach drüber nach, was ich gerade gesagt habe. Und frag mich, ob ich wieder maximal scheiße geredet habe. Aber ich glaube, das... Ich glaube, man hat schon verstanden, was ich meine. Big Baba sagte, noch kann ich mich im Video erinnern. Ich habe nicht gesehen, wie das ist. Kurz geskippt. Er sagte, er findet es immer geiler, wenn das diese Form hat. Dieses Köfte. Und nicht wie beim anderen diese Sticks. Hallo, guten Tag. So, auch klein einschmatter Laden. Ich liebe so eine Läden, man. Die knallen öfters mal. Bam, 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 bam. Das war schon. Eins, zwei Bilder. Wahrscheinlich irgendwelche persönlichen Hintergründe. Man hängt ja nicht irgendwie random irgendwas auf. Oder doch, könnte sein, ja. Ja, ich stelle mir schon vor, hier, das ist der Opa. Ja, kannst noch mal ein bisschen Gitarre spielen. Ja, guck mal, hier sind die schönen Köfte. Ja, ich köfte das Sandwich gerne. Kriegst du hin, ja? Perfekt. Ah, Traum. Traum. Ich bin gespannt auf deine Köfte. Ich hab, er hat sehr hoch angepriesen. Sagt, wirklich Nummer eins. Ich hab, wie geht die Mühe. Ist alles selbstgemacht immer. Ja. Immer mit Liebe gemacht wahrscheinlich, ne? Ja, dann bestimmt. Jetzt kannst du ja nicht hier bleiben. Ja, ja, ja. Perfekt. Super, ne? Sieht gut aus. Danke, mein Lieber. Danke, danke. Bis gleich. So, jetzt gucken wir mal hier. Mit der Optik auch sehr stark wieder, ne? Schöne Röstung außen, innen. So, dann gehen wir mal rein hier. Ne, der Chef wollte gerade sich neben mich stellen, während ich filme. Da sag ich immer inzwischen. Früher habe ich mal ein, zwei Mal noch nix gesagt, weil ich dann mich nicht getraut hab, so sag ich mal. Aber wenn Chef neben dir steht, wie sollst du das Essen bewerten? Das geht einfach nicht. Sehr durchdringend, rauchige Köfte. Hier haben die Flammen geküsst. Das sag ich immer so schön. Hat er sehr Angst, er hat mir Kräuter drauf gemacht. Ich wollte da nach Empfehlung des Hauses, hier nach Empfehlung des Hauses. Da hat er Kräuter drauf gemacht. Wollte er Kräutersoße? Ich dachte schon, nein, scheiße, jetzt wird das so ein Berliner Kräuter-Ding. Wie Kräuterknoblauch scharf. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist eher so ein bisschen Kick. Ich nenne es ein bisschen bei Hopsburger in Hamburg und auch ein bisschen Chicken-Spezial. Bei City Chicken in Berlin, die haben so eine Kräutersoße einfach wirklich. Und das ist dann eher hier Ergänzung noch mit diesen flammgeküssten Fleißen, dieser Kräutersoße. Das gibt einfach so einen leichten Knoblauch-Kick. So unterlegt. Aber durch diese Vermischung mit dem Rauch und dem Knoblauch entsteht ein geiler Geschmack. Dicke Tomate auch. Passt aber super. Da ist diese Knoblauch-Creme noch. Brot stark geröstet außen innen. Scharfe Soße, Tomatenketchup-Lastik. Zwischendrin kommen hier nochmal Kräuter reingeschossen. Aber auf Undercover-Basis. Das ist nicht das, was wir hier sehen. Sondern es sind italienische Kräuter, die werden im Köfte verarbeitet sein. Richtung Oregano, Thymian, so in die Richtung. Du merkst auf den Tomaten dieses leichte Salzprickeln. Sehr entscheidender Move auf der Tomate. Wenn du da noch so ein bisschen mit Salz, Pfeffer, Gewürze arbeitest, Tomate wird gleich zum ganz anderen Produkt. Nicht besser, aber anders. Und passt hier sehr gut. Das muss wirklich direkt auf die Tomaten drauf sein. Da ein bisschen Gewürz drauf. Tomate wird wirklich komplett Verwandlung, Transformation. Ich habe genug gesehen. Zubewertung. Heute wollte ich nur Pansensuppe. Aber ich sehe gerade den Riesenschwies hier. Beide? Echo. Echo Fresh? Echo Fresh. Bruder von Echo Fresh. Willst du Bruder von Echo Fresh? Er ist Bruder von Echo Fresh? Ja. Ihr lügt mich an. Habt ihr Riesenschwies hier. Oh, heftig. 34 Jahre. 34 Jahre, ne? Stark. Ja, ja, ich sehe schon. Das ist ein Klopper hier. Das ist ein Riesenklopper. 300 Kilo. 300 Kilo ist das, ne? Stark. Ja, ich habe schon gegessen hier. Sehr guter Döner. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Der ist wirklich klasse. Wann haben Sie gegessen? Oh, vor einem Jahr? Vor einem Jahr? Aber jetzt... Ne, ich schmecke noch besser, ja? Ich komme noch mal anderen Tage, aber ich wollte Pansensuppe einmal essen bei euch. Soll auch sehr gut sein, ne? Mit Knoblauch oder auch nicht? Mit Knoblauch, muss. Heute Kai küssen heute? Äh, selten. Heute ist wo woanders. Heute ist Wochenende? Ja, heute ist Wochenende, ja. Wo habt ihr Pansensuppe, kriege ich da vorne? Ja, perfekt. Dankeschön. Zur Bewertung. Boah, bissig, Leute, bissig. Knoblauch bissiger hier. Fleisch einen Tick intensiver. Rüben war Joghurt-lastiger. Zitrone kriegt ja auch noch mal rein, habe ich aber selber reingemacht. Bewertung für die Köfte ganz schwer, Leute. Dabei haben wir gefühlt bei beiden Hinsichten fast einen unentschieden Tag heute. Das ist zum Schluss nur noch eine Bauchgefühl-Sache. Aber wirklich besser ist da keiner von den beiden Köften. Was mir im Nachhinein nachklingt, ist, beide hätten beim Fleisch ja ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Fleisch-Fokus vertragen. Und zum Schluss klingt mir so ein bisschen die Leere zwischendrin nach. Wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand ein, zwei Stunden später darüber nachdenke, ein bisschen die Leere beim ersten Köfte klingt mir so ein bisschen nach. Habe ich aber trotzdem dieses Basic-geile, punktuelle, paar Zutaten verliebt. So, beim zweiten habe ich mich in dieses Pushen von diesem Knoblauch mit diesem Fleisch geküsst vom Feuer. Das Push-Stich steigert sich so ein bisschen hoch. Intensiviert sich, kombiniert sich. Da habe ich mich da verliebt. Ganz knapp oben auf. Oh, scheiße, ey. Wegen dieser Leere, die ich noch im Kopf habe beim ersten Ding. Zwischendrin. Erster Spot acht Punkte, zweite acht eins. Aber das ist einfach. Und beim ersten, wenn du ihn so Basic servierst, da muss ein bisschen mehr Fülle rein oder das Sandwich ein bisschen kürzer. Aber an vielen Stellen war da auch einfach nur Brot so. Hat irgendwie auch gebockt, aber ich denke, da wäre noch Optimierungspotenzial. Suppe gibt es für mich eine unentschiedene Leere. Hier ein bisschen bissiger. Gut, ich habe die Zitrone reingehauen. Aber beim drüben Joghurt-lastiger. Hier Fleisch ein bisschen intensiver. Ich küsse eure Herzen. Danke fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie ihr merkt in meinem Content die letzten Wochen, ich versuche ein bisschen mehr Abwechslung jetzt mal reinzubringen. Ich hoffe, euch gefällt das. Lasst den Daumen oben scheppern, wenn ihr das gut findet. Ich denke, es muss mal ein bisschen Abwechslung sein. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr generell vom Video haltet. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, ja.